Aber es hat auch jeder schon einen im Kopf, oder? So einen reinrassigen Max und Maxima, mit denen braucht er noch nicht viel, außer drei Schritte. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Übrigens ist es generell eine unglaublich gute Form der Fortbewegung, die Füße abwechselnd zu benutzen. Das macht es einfacher, ehrlich. Das ist ungefähr so revolutionär, wie einatmen und ausatmen. Das ist nämlich lebensverlängernd. Und ihr glaubt nicht, wie viele ich erlebe, die... Ja, dann höre ich immer, jetzt atme mal tief ein, ja, und aus. Da muss erst mal alles wieder raus aus dem Körper, die Luft. Ja, dann... Die werden schon alle ganz rot und ganz hoch. Da fange ich an, so zu reden. Natürlich versteht mich keiner mehr. Und ehrlich, wenn auf der anderen Seite ein Max sitzt, der hat schon Ohrensausen, bevor ihr angefangen habt zu reden. Das ist noch nicht mal böser Wille, der versteht euch einfach nicht. Hohe, schnelle Frequenz kommt da nicht an.